Du willst perfekte Nuten und das super schnell? Schmeiß dein Maßband weg, bau dir das! Du brauchst zwei längere und zwei kürzere Streifen Plattenmaterial oder Holz und ein paar Schrauben. Wichtig, die langen Bretter brauchen mindestens zwei parallele Kanten, die du dann beim Ausrichten aller Teile nach innen richtest. Dann Löcher bohren, alles zusammenschrauben und Griffe drauf. Fertig ist deine Fräsvorrichtung. Jetzt das Holz, das eingenutet werden soll, zwischen den Brettern einklemmen, alles festdrehen und dann auf das Holz legen, in das die Nut gefräst werden soll. Fest zwingen und los geht's! Jetzt kannst du passende Nuten fräsen und das in Sekunden. Passt perfekt, das war einfach, oder? Folgt mir gerne für mehr Tipps und Tricks.